So, und da sind wir wieder beim Mace Effect. Und ich hab im Moment gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich sollte ja irgendwie... Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Äh. Auf Wiedersehen. Viel Glück da draußen. Ich wollte ja irgendwie weg vom Planeten. Die Kolonie wird überleben. In Kürze haben wir alles, was wir brauchen. Äh, ja, fliegen wir hier weg. Wir haben hier eigentlich alles. Auch wenn der Fall immer noch anzeigt, dass da was wäre, aber da ist nichts. Wir haben's gemacht. Und wir können hier jetzt weg. Weh, hier kommen neue. Wir wollten mit der Story weitermachen, oder? Ich glaub schon. Und ich hab Quicksafe wieder vergessen. Also, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Und ich verfluchte mich hier fast, weil ich gerade was getrunken habe. Manche Sachen muss man nicht zeigen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So, ich will jetzt erstmal zu dem einen Planeten, den wir da noch hatten. Hier. Nicht Sparta hier, ey. Komm, Sparta. Ich weiß selber nicht, wo ich hier anfangen muss. Eins von denen wird schon richtig sein. Ich weiß selber nicht, wo ich hier anfangen muss. Eins von denen wird schon richtig sein. Das muss ja irgendwo angezeigt sein. Das muss ja irgendwo angezeigt sein. Ich guck mal eben im Tagebuch. Ich guck mal eben im Tagebuch. Ich weiß, ob ich hier anfangen muss. Das ist das andere. Das sind die Aufträge. Nee, nix online gehen. Ich werd jetzt nicht online gehen. So Irgendwo Okay, der zeigt mir das nicht an Ich soll alles erkunden, bis ich da was gefunden hab Ich denk noch nicht, wir können auf jeden Planeten Ich guck mal, ob die mir das anzeigen Wenn ich darüber gehe Hab ich zufällig einen Planeten-Scanner? Zufällig Einen, der mir das sofort anzeigt Hier steht erbunden Okay, wir haben was gefunden Lohnt sich also doch da drauf zu klicken Okay, dann machen wir das Ich bin da zwar im dritten Teil besser gemacht Mit dem Untersuchen, aber hey Okay, cool Wow, große Mengen Sauerstoff Wer hätte das erwartet Auf dem blauen Planeten Hier irgendwo muss die ja sein Ah, hier kann ich landen Das heißt dann wohl, wir sind hier richtig Hoffentlich Ähm Ja, ich will keine Menschen mitnehmen Ab geht's Ab geht's Nee, schon wieder eine Fahrzeugmission Gefahrstufe 1 Heißt das, hier sind Tiere oder Irgendwelche Gefahren wie Wind und Wetter Ich hab keine Ahnung Hier gibt's ne Festung Hier gibt's Trümmer Und hier gibt's ne Anomalie Ich will mal zur Anomalie Erinnert mich ja immer an Frau Miegel Alter, ich hab's hier richtig bescheuert Da hinten wird's vermutlich sein Genau dort Ja, da wo ich jetzt hingeschossen hätte Das müsst ihr euch jetzt vorstellen Ich hab darauf gezielt Nicht da oben Ja Eigentlich muss ich da hin Aber ziehen Wenn die Trümmer mehr wird So, mal gucken Was haben wir hier Gefällt mir irgendwie nicht Dass die Gefahrenstufe hoch geht Okay, cool Das sind einfach nur Kisten Da die Gefahrenstufe hoch geht Bleib ich hier mal wieder nicht Immerhin hab ich da Sind das da Würfel oder sind das Trümmer Oder Würfeltrümmer Was soll das darstellen Das will ich gern mal wissen Was ist das? Trümmer Was können die? Ach, das ist ein Vorkomm Ich muss sehen Suche nach Mineral Also wirklich Ihr könnt das Spiel bei einem Hacken Natürlich reintun Aber doch nicht bei einem Mineral Ach, ich kennzeichne das Das ist ein fucking Mineral Wieso muss ich das bitte kennzeichnen Und da hinten ist eine Station Das sehe ich von mir aus Ist nur ein bisschen trostlos hier, ne? Ich fände das irgendwie cooler Wenn das hier so ein Planet wäre Mit richtig Gras und so Und Dschungel-Ebenen Wo man dann durchfahren könnte Wo die Dschungelbäume dann umfallen Und wenn man dagegen fährt und so Das fände ich cool Mit so richtig viel Leben Aber hier ist ja gar nichts Was ja da vorne Wo auch nicht gezählt wird Okay, die mach ich von weiter weg Fertig Warum schießt alles immer auf mich? Zum Piraten Ahoi Kann ich hier nicht einfach rumfahren? Sehr realistisch Ich habe hier übrigens gerade Falls ihr das nicht erkennt So, das waren alle Dass diese Stationen auch immer alle gleich aussehen, ne? Gut Irgendwie müssen die ja Aussehen Da funktioniert die gleiche haben Gut, von innen sehen die nicht gleich aus Na, ich bin so sicher Ich höre gerade leicht wenig Mir gefällt das überhaupt nicht Dass da rote Strahlen rankommen Das letzte Mal so rote Strahlen gesehen hab Und ich verballert Was ich hier jetzt überhaupt nicht Ich treffe überhaupt nicht Ich schieße da drauf, weil da irgendwie sogar doverungskuss ist Wenn ich nicht mal drauf schieße, dann wird das explodieren Ja, steht Kraftschuss Kommt doch dran Ich treffe nicht Naja, ich treffe nicht alles Da wurde ich erwischt Ich könnte gleich vier drücken Äh, wo kommt der denn her? Okay Kommt einfach von hinten Ey, wieso haben die solche Schüsse drauf? Erweiterter Schütze Meister fürs Blutbad Oh, gar nicht mal so schlecht Ich bin auch Vorbild gerade ein bisschen höher geworden irgendwie Ich muss mal wieder böse werden Achso, ich hab vergessen die anderen zu machen Punkte 18 Okay Hier kriegst zweimal Aufs Sturmgewehr klickst du mehrfach Mehrfach Und 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 auf deine Panzerung Und du kriegst Was kriegst du? Fitness Fitness Denn du musst ja Fit bleiben Mit Wii Fit Wo sind die Tüten? Ja Ist mittlerweile eine wichtige Naja Panzerfaust Der Angriff Ja Lass mich doch hochsteigen Hochsteigen Nix hochsteigen Oder so Kommt schon wieder nicht Äh Hochsteigen Nix hochsteigen Nix hochsteigen Geht das hier? Ne Hochsteigen So, und jetzt muss ich irgendwie in die So Ja So Was haben wir denn hier? Ein Mixer Ich hätte mir von hier aus einen guten Vorteil verschrauben können, aber das ist einfach zu schwierig da hoch zu gehen Gott Ich habe hier gerade den langsamen Modus aktiviert Upgrade Kiste Ne Upgrade Kit So, hier Kraftstofftank Warum habe ich den eben nicht zerstören können? Okay Okay Das war einfach Zweimal Phönix 3 Okay Nimm dir halt was, aber schieß es da nicht ab Fuck Rennt mal lieber da schnell weg, sonst werdet ihr gleich tot Gut Ich vergesse immer wieder, dass man hier nicht nachladen muss Da frage ich mich aber wie im dritten Teil dann nachladen Äh, nachgeladen werden muss Warum? Haben die plötzlich keine Energie mehr, oder was? Oder sind die anderen Waffen halt einfach stärker? So, dahinter muss aber jetzt was sein Ich habe einfach nur Beweise gefunden Ich habe einfach nur Beweise gefunden Ich habe einfach nur Beweise gefunden Aber Heißt das doch, ich bin auf dem falschen Planeten Hm Ich habe keine Ahnung was hier abgeht auf diesem Planeten, aber Ich glaube wir sind falsch Okay Ich frage mich wie diese Piraten hier draußen rumlaufen konnten, aber hey Macht halt Hier sind noch Trümmer, da will ich mal eben gucken Können wir meinen Kollegen noch diese Folge machen und dann Wenden wir die Fällt mir irgendwie nicht mit dem Wind hier So da hinten sind Trümmer, glaube ich Ich meine, ich sehe Trümmer So, was haben wir da? So, was haben wir da? Zeig mal her Abgestürzte Sonde Elektronikfertigkeit zu gering Langsam wird sie mich aber verarschen Okay, dann würde ich sagen in der nächsten Folge Ähm Gehen wir dann wieder weg Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge Ciao Ezi increases Whit chief Viele W chase enee